...zimmer, die stärker noch als Superman, die Holger war viel grüner. Er ist wirklich fabelhaft, so stark und wunderbar. Er ist ein echter Brocken, er ist wirklich ziemlich stark. Wir haben noch hier Toppen beim Wurzsalat, Wurzsalat. Statt Hamart kommt Wurzsalat am Start, am Start. Dem Wurzsalat sind später auf den Kopf, auf den Kopf. Und hinten stand das Verschluss auf den Zuck. Der Wurzsalat gehört zu seiner Superheld-Ausrüstung. Das sorgt bei Militariern auch manchmal für Entrüstung. Sie fragen ihn das mit dem Wurzsalat, was soll denn das? Dann sagt er, Käse macht nur halb so viel Spaß. Dann sagt er, Käse macht nur ein Wurzsalat, Wurzsalat. Statt Hamart, der Wurzsalat am Start, am Start. Dem Wurzsalat mitfällt er auf den Kopf, auf den Kopf. Und hinten dran ist gleich los, noch mit dem Zuck. Und Achtung, jetzt alle mal weg. Andersrum. Der größte Teil von Wurzsalat ist Dr. Butterbrot. Ein Typ von Essen, Schrot und Korn, doch auch ein Vollidiot. Er ist dumm wie Brot und kämpft den Wurzsalat schlauer. Drum schreibt er auch mit Kreidebrot. Er ist dumm wie eine Mauer. Achtung, hier kommt Kämpfer Wurzsalat, Wurzsalat. Schreibt er, Käse macht Wurzsalat am Start, am Start. Dem Wurzsalat den Trechter auf den Kopf, auf den Kopf. Und hinten dran auf Fleischwurst noch mit Zuck. Und alle, Achtung, hier kommt Kämpfer Wurzsalat, Wurzsalat. Der Kämpfer Wurzsalat am Start, am Start. Die Wurzsalat den Trechter auf den Kopf, auf den Kopf. Und hinten dran auf Fleischwurst noch mit Zuck. Und hinten dran auf Fleischwurst noch mit Zuck. Und hinten dran auf Fleischwurst noch mit Zuck.